Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hain, so schön, dass Du da bist. Vielleicht bist Du in der Situation, dass Du Dir ein glückliches und erfülltes Leben und vor allem auch einen inneren Zustand der Lebensfreude, Liebe oder Sinnhaftigkeit wünschst, Dich aber stattdessen, obwohl Du im Außen vielleicht sogar vieles hast, was Dich erfüllen sollte, in einem eher depressiven, negativen oder sogar ängstlichen Zustand befindest und zusätzlich vielleicht sogar noch an einer Antriebsschwäche leidest. Das heißt, vom Verstand her ist Dir unglaublich vieles bewusst. Dir ist klar, was Du tun solltest, um Deine Situation zu verändern, schaffst es aber einfach nicht, Dich aufzuraffen und Deine Veränderungen aktiv umzusetzen. Stattdessen verlierst Du Dich in der Passivität, Bequemlichkeit oder auch Faulheit und verurteilst Dich vielleicht sogar noch selbst dafür. Mit dieser Situation bist Du definitiv nicht alleine. Ich glaube sogar, dass sich in diesem Zustand unglaublich viele Menschen befinden, gerade in der heutigen Zeit. Genauso ein Mensch hat sich eben auch vor kurzem mit diesem Thema an mich gewandt. Und genau deshalb habe ich mich dazu entschieden, mich noch einmal tiefergehend damit zu beschäftigen und zwar in Form einer Seelenanalyse dieses wundervollen Menschen, der sich mit diesem Thema an mich gewandt hat. Und ich bin unglaublich dankbar für Deine Offenheit, denn auf diese Weise gelingt es mir natürlich besser, noch viel tiefer in dieses Thema hineinzutauchen und wirklich die Mechanismen auch zu entschlüsseln, woran es denn nun wirklich liegt, dass so viele Menschen, obwohl sie die besten Voraussetzungen dafür hätten, es einfach nicht schaffen, ihr Leben erfüllt und glücklich zu erfahren. Also sei gespannt und mach's Dir gemütlich. Ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Zuhören. Und anfangen möchte ich mit dieser Folge natürlich in dem Sinn, dass ich Dir zuerst einmal erzähle, was mir dieser wundervolle Mensch geschrieben hat. Denn hier ist es natürlich ganz besonders wertvoll, eine Hintergrundgeschichte zu haben, damit wir uns möglichst tief mit diesem Thema beschäftigen können. Und ich werde das Ganze so gestalten, wie wenn dieser Mensch in einem Coaching bei mir sein würde. Also die aktuelle Situation, der Ist-Zustand von diesem Menschen sieht folgendermaßen aus. Ich bin 35 Jahre alt und fühle mich seit Jahren depressiv und ängstlich und nie wirklich angekommen oder erfüllt. Mein Leben ist wie eine Achterbahn und irgendwie weiß ich nicht so genau wohin. Irgendetwas fehlt mir. Ich lebe einfach so vor mich hin, ohne große Ziele. Ich fühle mich oft traurig, depressiv, ängstlich und unerfüllt. Manchmal frage ich mich, was ich eigentlich für ein Mensch bin und was mich begeistert. Aber ich finde keine richtigen Antworten. Oft fehlt mir auch die Motivation. Ich denke sehr oft negativ, pessimistisch und misstrauisch. Aber manchmal auch positiv, wenn es mir mal gut geht. Ich bin eher ein ruhiger Typ, aber auch ein ganz lieber und gutherziger. Ich bin sehr hilfsbereit, aber auch ein sehr emotionaler Mensch. Emotionen werfen mich oft aus der Bahn, weil ich sie noch nicht richtig annehmen kann. Und hier noch einen kleinen Ausblick in die Vergangenheit dieses Menschen. Ich war immer ein ängstlicher Junge und hatte zwar eine schöne Kindheit, aber nie einen Vater, der für mich ein Vater war. Dadurch bin ich nie durch eine männliche Person gestärkt oder geführt worden. Meine Mutter hat, so gut es eben geht, beide Rollen übernommen. Dafür danke ich ihr. Zu ihr habe ich ein super Verhältnis. Doch dadurch, dass ich immer alles falsch gemacht habe, wenn es nach meinem Vater ging, bin ich zu einem ängstlichen Typen ohne viel Selbstvertrauen herangewachsen. Mit 16 Jahren ist dann noch ein guter Freund von mir erkrankt. Das hat mich damals so schockiert, dass ich Ängste entwickelt habe und vor allem Angst vor Krankheiten hatte. So blieb es bis in meine Jugend. Dann erkrankte ich an Depressionen und therapierte mich selber. Und das ging auch eine Zeit lang weg damit. Aber dadurch, dass ich mit 22 Jahren ein bisschen mit Kiffen und Alkohol experimentierte, wurden die Ängste und Depressionen stärker und irgendwann so stark, dass ich mit 25 Jahren zum Arzt gegangen bin und ich anschließend eineinhalb Jahre lang Antidepressiva einnahm. Mein Zustand wurde aber damit nicht besser, sondern ganz im Gegenteil. Meine Ängste und Depressionen wurden immer schlimmer. Es kamen Zwangsgedanken dazu und ich konnte mich nicht mehr richtig fühlen und denken. Dann habe ich eigenständig die Antidepressiva abrupt abgesetzt und mich selber aufgerafft. Ich war dann auch wieder glücklich und es ging mir besser. Aber ich trank auch damals in der Zeit von 26 bis 33 zu viel Alkohol. Das hat meiner Seele auch nicht gut getan. Aber es war damals das Einzige, was mir geholfen hat, wenn ich ein Tief hatte. Leider wusste ich damals noch nicht viel über Meditation oder anderes, das mir helfen könnte. Jetzt haben wir einen schönen Überblick bekommen von dem Ist-Zustand und der Vergangenheit dieses Menschen. Und das ist auch genau das, was ich zuerst in einem Coaching abkläre. Mich interessiert es, wie die momentane Situation aussieht und wie es dazu gekommen ist, dass sich diese Situation so entwickelt hat. Und das findet man eben ganz gut heraus, wenn man sich einmal aufschreibt, wie man momentan denkt, wie man sich fühlt und wie man ist. Wenn du dir das alles aufschreibst, hast du einen guten Überblick darüber, wie es in dir aussieht. Und da unser Inneres ja immer auch der Spiegel von unserem Äußeren ist, kann sich das ganz gut auch ins Außen hin übertragen. Also wie du die Welt wahrnimmst, was du da alles siehst, wie du die anderen Menschen wahrnimmst, was für Möglichkeiten und Chancen du um dich herum siehst, hängt immer damit zusammen, wie du in dir bist, welche Gedanken du denkst, wie du dich fühlst. Und ganz wichtig, was du von dir selber hältst, welche Überzeugung du von dir selber hast, welche Überzeugung du von den anderen Menschen und dem Leben hast. Also so wie du da in dir bist, nimmst du die Welt im Außen auch wahr. Und sich das selbst einzugestehen ist nicht immer einfach, aber es ist notwendig, um deine Situation zu verändern. Denn damit machst du dich selbst zum Schöpfer deiner Realität und vor allem auch deines Zustandes, solange du dir selber nicht deinen Zustand erschaffst und dein Leben. Solange fehlt dir ja auch die Macht, es eigenständig verändern zu können. Wir können unser Leben und unseren Zustand erst dann selbst verändern, wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen. Das heißt, wenn wir uns eingestehen, dass unser Zustand und unser Leben, wie es momentan aussieht, etwas mit uns selbst zu tun hat. Und gerade in der Situation, die wir gerade besprechen, ich würde mal sagen, es ist ein ganz normales Leben. Jeder von uns hat wahrscheinlich mit seinen Eltern irgendetwas durchgemacht. Jeder von uns hat etwas erlebt, was ihn Angst gemacht hat, was ihn Zweifeln hat lassen, was ihn verletzt hat. Das ist ein ganz normales Leben. Und wohin uns dieses Leben führt, hat eben etwas mit uns selbst zu tun. Und es ist ganz wichtig im ersten Schritt, sich das einzugestehen. Es gibt Menschen, die lassen sich davon nicht erschüttern, die treibt das im Gegenteil sogar noch dazu an, es anders zu machen als der Vater. Die eigene Gesundheit wertzuschätzen, dankbar zu sein für den eigenen Zustand. Wenn man erlebt hat, wie ein nahestehender Mensch krank geworden ist. Also es gibt zwei völlig unterschiedliche Richtungen, wie wir mit diesen ganzen Dingen umgehen können. Und du bist hier, weil du auf eine gewisse Art und Weise mit diesen Lebensumständen umgegangen bist. Und das ist gut so, dass du jetzt hier bist. Denn du willst jetzt etwas verändern. Und es ist auch ganz wichtig, dir klar darüber zu werden, egal wie alt du jetzt bist. Du hast die Möglichkeit, dich selber zu diesem Menschen zu machen, der anders auf die Lebensumstände reagiert, der dankbar ist für sein Leben, der sein Leben wertschätzt, der sein Leben glücklich und erfüllt erfährt und die nötigen Schritte dazu geht. Und wie das Ganze in der Umsetzung aussieht, dazu komme ich noch im Laufe dieser Seelenanalyse. Also erster wichtiger Schritt, sich klar über die Ist-Situation zu werden, sein eigenes Herz einfach vielleicht auch mal auszuschütten und alles aufzuschreiben, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber nicht im Sinne von, oh mein Gott, mein Leben war so furchtbar schrecklich, ich bin ein Opfer. Sondern in dem Sinn, ich habe dieses Leben gelebt und ich bin jetzt heute hier. Und wenn du mir zugehört hast, du hast ja auch schon unglaublich viel erreicht in deinem Leben. Du hast schon unglaublich viel gemeistert. Du hast eigenständig die Antidepressiva abgesetzt. Du hast dich da selbst wieder aufgerafft. Und es ging dir ja auch eine Weile gut damit. Du hast dich eigenmächtig aus der Alkoholsucht befreit. Und das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Das kommt später noch. Also du kannst, wenn du dir mal klar über dein Leben geworden bist, über diese Ist-Situation und Vergangenheit, auch unglaublich stolz auf dich sein. Das ist auch ganz wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, wenn wir auf unser Leben zurückblicken. Stolz auf uns zu sein, uns dafür anzuerkennen, was wir schon alles gemeistert haben. Das geht leider auch sehr oft unter, gerade bei den Menschen, die in dieser Situation stecken. Die sehen oft gar nicht, was sie eigentlich alles schon erreicht haben, wie stark sie eigentlich sind. Also erkenne dich dafür an. Nimm dich dafür selber in den Arm und Lass das auch zu, dass du stolz auf dich bist. Denn auch das wird schon ein bisschen dein Selbstwertgefühl stärken. Und das Nächste, was mich von diesen Menschen interessiert, ist natürlich das Ziel dieses Menschen. Warum kommst du überhaupt zu mir? Was willst du erreichen? Was ist das Ziel, das du mit der Zusammenarbeit mit mir zum Beispiel oder überhaupt in deinem Leben erreichen möchtest? Und das war von diesen Menschen eben. Ich wünsche mir von Herzen einen glücklichen und erfüllten Zustand ohne Leid und Schmerz. Es hat mich einfach begeistert, wie du dich selber gesund gemacht hast. Also eigentlich ein nachvollziehbares Ziel, was dich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen wünschen. Viele Menschen wünschen sich einen glücklichen und erfüllten Zustand ohne Leid und Schmerz. Und da dieser Zustand eigentlich nicht wirklich greifbar ist, denn wie ist denn ein erfüllter und glücklicher Zustand? Der ist vielleicht auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Frage ich hier dann immer noch ein bisschen nach. Mich interessiert es, wie sieht das denn aus, wenn du glücklich und erfüllt bist? Wie bist du in diesem Zustand? Wie fühlst du dich? Wie denkst du? Wie ist dein Leben? Also mich interessieren eigentlich die Wünsche hinter dem Ziel. Warum willst du überhaupt einen glücklichen und erfüllten Zustand erreichen? Was ist dann anders in deinem Leben, wenn du das erreicht hast? Also ganz wichtig im nächsten Schritt, wenn wir einen glücklichen und erfüllten Zustand erschaffen möchten, wenn wir unser Leben glücklich und erfüllt erleben möchten, ist es, uns einmal Gedanken darüber zu machen, wie dieser Zustand denn eigentlich konkret aussieht. Und bei diesem Menschen, der sich an mich gewarnt hat, sieht das folgendermaßen aus. Dieser Zustand würde mir vieles ermöglichen. Eine glückliche Beziehung und eine eigene Familie, die ich nie hatte. Ich vermisse Zuneigung und Geborgenheit und jemanden an meiner Seite, mit dem ich alles teilen kann. Ich bin schon sehr lange ohne Partner, weil ich immer mehr mit mir selbst zu kämpfen hatte, obwohl ich eigentlich das Leben genießen könnte. Ich wünsche mir Selbstliebe, Mut für Neues, dass ich mich nicht mehr verstecken muss und nur im Überlebensmodus leben muss. Dass ich morgens aufstehe und glücklich den Tag meistere, ohne über mein Leben zu grübeln, ohne Ängste, die mich täglich begleiten oder hindern, das zu tun, was mich erfüllt. Ich wünsche mir, dass ich nicht mehr andere beneiden muss, wie sie glückliche Beziehungen führen und voller Selbstvertrauen durch ihr Leben gehen, weil ich das selber mache. Manchmal denke ich mir, ich habe doch alles. Eine super Familie, die für mich da ist, wenn ich sie brauche. Sehr gute Freunde und Verwandte, zu denen ich immer gehen kann. Ich bin Gott sei Dank gesund, meiner Familie geht es gut. Ein gutes Einkommen und ein Dach über dem Kopf habe ich auch. Ich kann mir vieles leisten und gönnen, aber trotzdem ist tief in mir eine Unzufriedenheit. Wenn ich meine Leiden nicht hätte, dann würde ich das Leben mit voller Motivation genießen und zum Beispiel auch alleine reisen. Also, um überhaupt mal anfangen zu können, dir ein glückliches und erfülltes Leben zu erschaffen, ist es ganz wichtig, dass du dir mal Gedanken darüber machst, wie dieses glückliche und erfüllte Leben überhaupt aussieht. Und in diesem Beispiel erkennt man eigentlich ganz gut, dass der Schwerpunkt dieses Menschen, was ein glückliches und erfülltes Leben betrifft, eben auch eine erfüllte glückliche Beziehung ist. Eine Familie, ein Zuhause und auch dieser eigene Zustand, nicht mehr im Überlebensmodus sein Leben verbringen zu müssen. Selbstliebe, Mut für Neues, glücklich zu sein, nicht ständig grübeln zu müssen. Also dieser eigene innere Zustand. Also das sind eigentlich die Wünsche hinter dem Ziel. Und um das herauszufinden, ist es deshalb so wichtig, sich wirklich damit zu beschäftigen, wie dieses glückliche und erfüllte Leben eben aussieht. Was da dazugehört, was das für mich bedeutet. Denn auf diese Weise können wir das Ganze eingreisen, eingrenzen. Und damit fällt es uns halt auch viel leichter, auf etwas hinzuarbeiten. Denn du kannst dir das ungefähr so vorstellen wie eine Dartscheibe. Wenn die ganze Dartscheibe das Ziel ist, dann haben wir gar keinen Punkt, wohin wir zielen können und können gar nicht bewusst beeinflussen, wo wir am Ende landen möchten. Denn Erfüllung sieht für jeden Menschen wahrscheinlich komplett anders aus. Den einen erfüllt es, einen Marathon zu laufen. Den anderen eine Weltreise zu machen. Der Nächste fühlt sich glücklich und erfüllt, wenn er anderen Menschen helfen kann. Und für viele Menschen bedeutet Glück und Erfüllung, in einer glücklichen und erfüllten Beziehung zu leben. Das zu erreichen, kann schon einen großen Anteil in unserem Leben ausmachen, wie wir uns insgesamt fühlen. Ob wir alleine leben oder ob wir mit einem Menschen zusammenleben, dem wir vertrauen. Was hierbei allerdings ganz wichtig ist, ist, dass uns eine glückliche und erfüllte Beziehung alleine wahrscheinlich auf Dauer auch nicht reichen wird. Das wird uns irgendwann auch wieder unzufrieden machen. Warum das so ist, darauf gehe ich später noch ein. Jetzt möchte ich nochmal zurück auf unser Beispiel kommen. Denn in unserem Beispiel hat dieser wundervolle Mensch ja so schön beschrieben, dass er eigentlich schon ganz viel in seinem Leben hat, was ihn eigentlich glücklich machen könnte. Aber trotzdem fühlt dieser Mensch sich tief in sich unzufrieden. Trotzdem kommt er nicht von seinem Leid weg, obwohl da schon so viel da ist, was sein Leben bereichern würde. Und genau daran sieht man ja eigentlich auch sehr deutlich, dass das, was da schon alles da ist, eben nicht reicht, damit dieser Mensch sich glücklich und erfüllt fühlen kann. Und ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, dass wenn dieser Mensch einen Partner oder eine Partnerin an seiner Seite hätte, dass ihn das auf Dauer eben auch nicht glücklich und erfüllt machen würde. Weil ihm dieser Partner oder diese Partnerin auch nicht das geben könnte, was er eigentlich tief in sich sucht. Denn hinter all unseren Zielen, die wir im Leben haben, stecken immer auch noch tiefere Ziele, die uns mit dem bewussten Verstand oft überhaupt nicht klar sind. Und deren Erfüllung es aber braucht, damit wir uns wirklich glücklich und erfüllt fühlen können. Und was das genau für Sehnsüchte und Wünsche sind, darauf gehe ich später noch ein. Im nächsten Schritt interessiert es mich dann immer noch sehr, was bisher überhaupt schon alles versucht wurde, um das Thema zu lösen, beziehungsweise das Ziel zu erreichen und dahin zu kommen, wo du eben gerne hin möchtest. Und hier waren die Antworten von diesen Menschen folgende. Seit zwei Jahren habe ich komplett mit dem Alkohol aufgehört. Seit genau einem Jahr suche ich nach Lösungen und versuche es auch mit Meditieren. Aber irgendwie funktioniert das nicht so gut. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich ein fauler Typ bin, der mal einen Tritt in den Hintern gebrauchen könnte. Ich komme einfach nicht in den Flow, um das alles durchzuziehen. Ich habe zwar viel über Meditation, Achtsamkeit und Atemübungen gelesen, aber das Umsetzen fällt mir leider schwer. Zusätzlich habe ich mir acht neue Bücher gekauft, um mich wirklich Schritt für Schritt zu heilen. Also diese Bestandsaufnahme ist unglaublich wichtig, wenn man sich verändern möchte, weil man einfach was Greifbares braucht, um einfach mal zu sehen, wo man im Leben steht. Solange man da grübelt, kommt man nicht zum Punkt. Man erkennt gar nicht, was man eigentlich alles hat, wo man momentan steht, wo man hin möchte. Deshalb ist es so wichtig, sich eben nicht nur Gedanken darüber zu machen, sondern vor allem sich das alles mal aufzuschreiben. Dann hat man das auf Papier, dann hat man etwas, was greifbar ist und woran man arbeiten kann. Und die nächste Frage, die ich dann in meinen Coachings immer stelle, ist, woran könnte es denn liegen, dass du dein Ziel noch nicht erreicht hast? Und hier sind die Antworten von diesem Menschen. An meiner Bequemlichkeit und Faulheit. Deine Podcasts haben mich sehr motiviert und ich habe mich in fast allen Punkten, die du erzählst, wiedererkannt. Das hat mich sowas von motiviert, dass ich das auch schaffen möchte. Aber was meine Beziehungen betrifft, die letzten Jahre scheiterte es schon beim Kennenlernen. Weil, wie man so schön sagt, wenn man im Innen nicht glücklich ist, das auch nach außen hin ausstrahlt. Die meisten, die ich kenne, sind verheiratet, kriegen Kinder und ich stehe noch wie die letzten zehn Jahre gleich da, ohne mich groß entwickelt zu haben. Ich denke einfach, dass meine Denkweise das größte Problem ist, wie mein Hirn programmiert wurde und es an mir selbst liegt, wie falsch ich durch das Leben gehe oder denke. Also, das war jetzt mal die Hintergrundgeschichte und ich bin mir sicher, dass sich einige von euch auf die ein oder andere Weise damit identifizieren können. Denn das, was ich da jetzt gerade beschrieben habe, ist eigentlich ein ganz normales Leben, wie es die meisten führen. Eigentlich sogar unabhängig davon, ob diese Menschen jetzt in einer Partnerschaft oder alleine leben, viele, viele Menschen fühlen sich auch in der Partnerschaft so. Also, die Partnerschaft an sich ändert dieses Thema nicht unbedingt. Weil, wie gesagt, hinter all diesen Wünschen und Sehnsüchten immer noch tiefere Wünsche und Sehnsüchte stecken, die wir mit dem bewussten Verstand überhaupt nicht greifen können. Denn das, was uns in unserem Leben auf der einen Seite wirklich erfüllt und glücklich macht und auf der anderen Seite traurig macht, depressiv macht, unzufrieden macht, betrifft nicht unseren Verstand, sondern es betrifft unsere Seele. Und das, was unsere Seele glücklich macht und erfüllt, ist nicht unbedingt das, was wir uns mit unserem Verstand zusammenreimen, was uns erfüllen könnte, sondern es ist häufig sogar genau das Gegenteil von dem, was wir glauben, was uns erfüllt und glücklich macht. Und genau das ist auch die riesengroße Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir uns einen glücklichen Zustand und ein erfülltes Leben erschaffen möchten. Uns als Menschen mit einer Seele, als spirituelle Wesen in einer menschlichen Erfahrung, macht es eben nicht nur glücklich, beziehungsweise erfüllt es uns nicht nur, wenn wir unsere Ego-Ziele erfüllen. Also all das, was ich beschrieben habe in der ganzen Situation, sind Ego-Ziele und die sind genauso wichtig wie die anderen Ziele, denn wir sind ja Mensch, wir sind Seele, wir sind Spirit. Also es erfüllt uns eben einfach nicht tiefergehend, wenn wir uns nur mit den Ego-Zielen beschäftigen, sondern wir brauchen auch die Erfüllung unserer seelischen Sehnsüchte und wir brauchen auch die Erfüllung der Wünsche unseres Körpers. Wenn wir uns darum nicht kümmern, dann können wir auch nicht glücklich und erfüllt werden, denn es macht uns einfach nicht langfristig glücklich, wenn wir unseren Körper total vernachlässigen, wenn wir uns nicht um seine Bedürfnisse kümmern. Also, wir bestehen aus mehreren Teilen und alle Teile davon wünschen sich was und das erstmal zusammenbringen, das ist schon eine große Herausforderung. Sich erstmal klar darüber zu werden, was braucht mein Ego, um sich gut zu fühlen, das ist eigentlich ganz einfach, was das Ego braucht. Das Ego braucht Sicherheit und Bequemlichkeit und die meisten Menschen kümmern sich nur um ihre Ego-Ziele. Deshalb sind sie ja so unzufrieden in ihrem Leben, weil das eben nicht reicht, um sich seelisch erfüllt zu fühlen, um wirklich mit diesen tiefen Gefühlen in Kontakt zu kommen, die wir uns eben alle so sehr wünschen. Dann bestehen wir alle aus einem Körper. Deshalb ist es auch ganz wichtig, unserem Körper all das zu geben, was er sich von uns wünscht, um sich gut fühlen zu können. Er braucht Wasser, Nahrung, Bewegung, Licht, Luft und natürlich auch Schlaf. All das braucht unser Körper, um sich wirklich fit, vital, wach, klar fühlen zu können. Denn unser Gehirn gehört ja auch zu unserem Körper. Unser Gehirn fühlt sich dann wach und klar, wenn wir ihm auch das geben, was es braucht, um sich so fühlen zu können. Beziehungsweise eher, wenn wir all das vermeiden, was unser Gehirn benebelt fühlen lässt. Zu unseren Ego- und Körperwünschen gehören natürlich auch unsere menschlichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel menschliche Beziehungen, Sexualität und natürlich auch die Erfüllung unserer ganz persönlichen Werte und Bedürfnisse, die wir brauchen, um uns in unserem Leben gut und wohl fühlen zu können. Und wir sind eben auch noch Seele. Und unsere Seele hat ganz andere Ziele als unser Ego. Eigentlich genau die gegenteiligen davon. Unser Ego will es bequem und sicher haben. Und unsere Seele möchte Abenteuer in unserem Leben erleben. Möchte wachsen. Möchte sich weiterentwickeln. Möchte Grenzen sprengen. Denn die Seele ist ja der Teil in uns, der keine Grenzen hat. Und genau das möchte sie auch in unserem Leben erfahren. Also all die unbequemen Dinge erfüllen uns eigentlich seelisch. Und das ist jetzt auch genau der erste Schritt zur Lösung. Sich darüber klar zu werden. Die erste wichtige Einsicht, die wir auf unserem Weg zur Lösung brauchen, ist, uns klar darüber zu werden, ob unsere Vorstellung von einem glücklichen und erfüllten Menschen wirklich einem echten glücklichen und erfüllten Menschen entspricht. Wir glauben oft, wenn wir an glückliche, erfüllte oder auch erfolgreiche Menschen denken, dass diese Menschen kein Leid und keinen Schmerz, keine Ängste oder Traurigkeit mehr erleben, sondern jeden Tag voller Begeisterung durch ihren Tag tanzen. Doch so funktioniert das Glück und die Erfüllung auf dem Planeten Erde nicht. Denn wir leben hier in einer dualen Welt. Einer Welt mit den zwei großen Polen von Licht und Schatten, Krieg und Frieden, Freude und Traurigkeit. Und jeder Mensch ist davon betroffen. Die Glücklichen und Erfüllten genauso wie die Depressiven und Unerfüllten. Genau diese Polarität macht es uns doch erst möglich, beides empfinden zu können. Glück und Erfüllung genauso wie Traurigkeit, Unzufriedenheit und Mangel. Und was unterscheidet denn dann überhaupt einen vom Leben erfüllten Menschen von einem unerfüllten Menschen, dem die ganze Zeit irgendetwas fehlt? Ein erfüllter Mensch hat in unserem Beispiel, das ich jetzt heute hier bespreche, die gleichen Voraussetzungen wie ein unerfüllter Mensch. Denn du befindest dich in einem eigentlich sehr guten Leben. Du hast die besten Voraussetzungen dafür, erfüllt in deinem Leben zu werden. Und das Einzige, was einen erfüllten Menschen von einem unerfüllten Menschen unterscheidet, ist, dass er im Gegenteil zum unerfüllten Menschen eben aktiv lebt. Er tut etwas für seine Ziele. Er findet Klarheit darüber, wie er sein Leben gestalten möchte. Er hört niemals auf zu lernen und sich weiterzubilden. Er überwindet immer wieder seine Ängste und Zweifel. Lässt sich von Rückschlägen nicht aufhalten. Lässt sich von seinen Emotionen oder Gedanken nicht beherrschen. Sondern steht immer wieder auf und geht weiter selbstverantwortlich seinen Weg. Weil er weiß, dass nur er für sein Glück verantwortlich ist. Und weil er eine Methode für sich gefunden hat, wie er mit all dem, mit dem wir alle konfrontiert sind, umgehen kann. Wie er mit seiner Traurigkeit, mit Rückschlägen, Niederlagen, Ängsten und Zweifeln so umgehen kann, dass er von ihnen eben nicht beherrscht und aufgehalten wird, sondern trotz all dem weiter seinen Weg gehen kann. Und genau diese Art zu leben, diese Lebensweise erfüllt ihn. Denn diese Lebensweise beschenkt ihn mit Selbstvertrauen, Selbstliebe, Mut für Neues. Dass er sich eben nicht verstecken und sein ganzes Leben nur im Überlebensmodus leben muss. Dass er Glücksmomente in seinem Tag erleben kann. Dass er sein Leben erfahren kann, ohne ständig über sein Leben grübeln zu müssen. Und ohne unter seinen Ängsten leiden zu müssen. Diese aktive, bewusste Lebensweise beschenkt ihn mit allen Emotionen, mit Lebendigkeit, mit menschlichen Begegnungen und auch mit einer erfüllten Beziehung. Denn auch eine erfüllte Beziehung ist nicht immer glücklich, sondern in ihr gibt es genauso alle Herausforderungen, wie für einen Menschen, der sein Leben depressiv und passiv erlebt. Doch auch in einer Beziehung lebt der erfüllte Mensch. Selbstverantwortlich, aktiv, er arbeitet an seiner Beziehungsfähigkeit. Lernt in der Beziehung. Lässt sich von Konflikten, die in der Beziehung entstehen, nicht aufhalten, sondern versucht, aktiv Lösungen zu finden. Er setzt Grenzen, wo sie erforderlich sind. Überspringt immer wieder seine Schatten. Stellt sich seinen Ängsten und lässt sich nicht von seinen Gedanken oder Emotionen beherrschen, sondern übernimmt die volle Verantwortung für sich selbst in der Beziehung. Also das, was einen erfüllten Mensch von einem unerfüllten Menschen unterscheidet, ist einzig und allein seine Lebensweise. Und auch jeder glückliche und erfüllte Mensch, der sich so nennen würde, ist genauso mit allem in seinem Leben konfrontiert, mit dem auch ein unerfüllter Mensch konfrontiert wird. Das Einzige, was er macht, ist die Selbstverantwortung dafür zu übernehmen und an sich selber zu arbeiten, weil er sein Leben glücklich und erfüllt erfahren möchte. Bei unserem Ziel, ein glückliches Leben zu erfahren, einen erfüllten inneren Zustand zu erleben, geht es nicht um die Frage, ob ich das darf oder kann. Denn es ist unser Geburtsrecht in unserem Leben, glücklich zu sein und unser Leben so zu erfahren, dass es uns erfüllt. Sondern es geht um die Frage, ob ich das wirklich will und ob ich bereit bin, mich immer wieder in unbekannte Gebiete vorzuwagen, trotz meiner Ängste, trotz meiner Zweifel, trotz der Gedanken, die in mir ablaufen. Und wenn ich das mache, dann werden die Gedanken, die in mir ablaufen, die negativ sind, die Zweifel, die in mir hochkommen, immer weniger werden. Aber das geht nur, wenn ich das mache. Solange ich das nicht selbst tue, können die Zweifel und negativen Gedanken und Ängste in mir nicht weniger werden, weil wir der Schöpfer unseres eigenen Zustandes und unseres Lebens sind und weil wir mit unseren Entscheidungen, mit unserem aktiven Tun unseren Körper mit einbeziehen und wenn wir uns glücklich oder erfüllt fühlen möchten, dann müssen wir unserem Körper auch die Möglichkeit geben, Glückshormone ausschütten zu können, weil es mit einer Hormonausschüttung zusammenhängt, wie wir uns fühlen. Das heißt, es muss in dir, sei es geistig, körperlich oder seelisch, zu irgendeiner Bewegung oder Erregung kommen, damit du dich gut fühlen kannst. Und das, was uns am Ende gut fühlen lässt und wirklich erfüllt, befindet sich eben meistens nicht in unserer Komfortzone, sondern es erfüllt uns vor allem dann, wenn wir damit seelisch aufblühen, wachsen und unser Potenzial leben können. Welcher Mensch ist denn am Ende erfüllter oder zufriedener? Liebt, wertschätzt und achtet sich selbst und das Leben mehr und erfreut sich auch mehr über sich selbst und das Leben. Der Mensch, der nur einmal kurz mit dem Finger schnippst und sich in der nächsten Sekunde auf dem Berg befindet? Oder der Mensch, der selbst den Berg hochgewandert ist? Ein erfülltes, glückliches, liebevolles und dankbares Leben zu erfahren, funktioniert meiner Meinung und Erfahrung nach nur, wenn ich es selbst in die Hand nehme, etwas dafür tue und mich für meine Träume und Wünsche auch selbst einsetze, weil es genau das ist, was mich erfüllt. Wann genau sind wir denn so richtig erfüllt? Meistens doch in den Momenten, in denen wir selbst aktiv etwas getan haben, eine Angst überwunden haben, uns aufgerafft haben, uns für etwas eingesetzt haben, uns angestrengt haben oder sogar wenn wir diszipliniert waren und etwas durchgezogen haben. Wenn wir bewusst auf eine kurzfristige Befriedigung verzichtet haben, weil uns unser langfristiges Glück wichtiger war. Erfüllung und unser Energieeinsatz gehen Hand in Hand. Wenn wir von anderen etwas geschenkt bekommen, dann erfreut und erfüllt uns das natürlich auch, aber meistens eben nur kurz und bei weitem nicht so tief, wie wenn wir selbst etwas für die Erfüllung getan haben, was uns auch angestrengt und herausgefordert hat. Im Yoga gibt es am Ende immer noch eine Endentspannung. Dafür legt man sich einfach auf den Rücken und entspannt sich. Natürlich könnte ich mich jetzt einfach auf diese Weise hinlegen, ohne dass ich vorher Yoga gemacht habe. Nur dann fühlt es sich eben überhaupt nicht so gut an, wie wenn ich vorher die anstrengende Yoga-Einheit gemacht habe. Denn Erfüllung kommt dann, wenn wir uns eingesetzt haben. Genauso ist es auch mit der Meditation. Nach einem Jahr Meditieren habe ich auch noch keinen positiven Effekt gespürt. Und heute kann ich mich innerhalb kürzester Zeit über die Meditation in einen tief erfüllten Zustand bringen. Aber nur, weil ich viele Jahre und inzwischen wahrscheinlich über tausend Mal meditiert habe und vor allem, weil ich immer weiter meditiert habe, obwohl ich so lange keinen positiven Effekt gespürt habe. Ich hatte auf diesem Weg noch nicht einmal eine Ahnung, ob ich mich damit jemals gut fühlen werde. Ich habe nicht gewusst, wo ich am Ende lande. Aber ich habe einfach irgendwie daran geglaubt und immer weiter gemacht, weil in meinem Kopf einfach war, es ist gut zu meditieren. Und ich glaube sogar, dass ich diesen Zustand der tiefen Erfüllung in mir sogar deshalb heute nur so schätzen kann, weil es eben diese lange Phase vorher gab, in der ich mich überhaupt nicht erfüllt gefühlt habe, während ich meditiert habe. Ich kann da eine ganz andere Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber dem empfinden, weil es eben so ein langer Weg war vorher. Und der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Aber er wird leichter. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du nicht mehr schlecht über dich denken musst. Und das alleine ist schon so viel wert und hebt deine Lebensqualität so dermaßen an. Ab da wird es dann eigentlich leichter. Aber es ist ein Prozess. Und gerade dann, wenn du schon lange depressiv und ängstlich bist, bedarf es einfach langfristiges und kontinuierliches Training und Arbeit an dir selbst, um deinen Zustand wirklich zu verändern. Seine Lebensweise zu verändern, auf diese aktive Lebensweise, die ich vorhin beschrieben habe, ist nicht eine kurzfristige Angelegenheit, sondern es ist eine Lebenseinstellung, für die man sich bewusst entscheidet. Wie beim Yoga oder bei einer gesunden Ernährung. Das sind keine kurzfristigen Dinge, sondern das ist etwas, für das ich mich ganz bewusst entscheide und möchte, dass dies zu einem festen Bestandteil meines Lebens wird. und genau dann werde ich auch Veränderungen erleben. Genau dann wird es mir auch guttun, weil es eine Lebensweise ist. Und ich kann nur dich ermutigen, in ein aktives Leben zu wechseln, die Selbstverantwortung zu übernehmen und dich dazu überwinden. Wie du das machst, dazu komme ich noch. Denn es ist nicht nur deine Bequemlichkeit, die dich da aufhält. Da gibt es tiefere Mechanismen, zu denen ich noch komme. Aber der erste wichtige Schritt ist, ist, dass du das willst und dass du bereit bist, immer wieder dich in unbekannte Gebiete zu bewegen und vor allem bereit bist, diese Wege zu gehen, auch dann, wenn du eine lange Zeit keinen positiven Effekt davon verspürst, weil das einfach Zeit braucht, bis du den spürst. Aber ich verspreche dir, wenn du weiter mit dieser Haltung durch dein Leben gehst, dass du dir bewusst darüber bist, dass du der Schöpfer deines Lebens und deines Zustands bist und dass du immer wieder gegensteuerst, dass du achtsam bist, dass du immer wieder etwas für dich tust, das dich dahin bringt, wo du hin möchtest, dann wird sich dein Zustand verändern. Und da du dir ja sogar einen liebevollen Tritt in den Hintern gewünscht hast, da habe ich das vielleicht damit erledigt. Aber jetzt kommen wir noch zu diesen tieferen Mechanismen, die in dir ablaufen und die dich halt extrem aufhalten können, in die Umsetzung zu kommen. Denn es ist, wie gesagt, nicht nur deine Bequemlichkeit und Faulheit. Das ist eigentlich nur die oberflächliche Ursache, weil es nämlich einen Grund hat, warum du bequem und faul geworden bist. Und um diesen Grund werden wir uns jetzt kümmern. In einem Eins-zu-eins-Coaching könnte man diese Ursachenforschung natürlich noch ein bisschen intensiver gestalten, aber ich habe schon sehr viele Informationen bekommen, in denen ich auch schon ein bisschen lesen kann, woran es denn liegen könnte, warum du nicht in die Umsetzung kommst. Denn diese Faulheit und Bequemlichkeit ist nicht grundlos in dir entstanden, sondern hatte seine Ursachen. Und zwei mögliche Ursachen sind mir an deiner Nachricht, an mich eben aufgefallen. Zum einen ist es die Situation mit deinem Vater. Du hast mir ja ganz kurz geschrieben, dass du eigentlich wie ohne einen Vater aufgewachsen bist, dass du in den Augen deines Vaters immer nur alles falsch machen konntest und dass dir die männliche Führung in deiner Kindheit gefehlt hat. Außerdem hast du mir noch geschrieben, dass deine Mutter beide Rollen übernommen hat und sich da sehr um dich gekümmert hat und dass ihr eine sehr gute Beziehung miteinander habt. Und genau aus diesen beiden Situationen kann sich eine Dynamik entwickeln, dass du nicht in der Lage bist, in die Umsetzung zu kommen und dich in deiner Bequemlichkeit und Faulheit verlierst. Weil der Vater in unserem Leben die männliche Energie symbolisiert. Und die männliche Energie ist die dynamische Energie, die aktive Energie, die Energie, die Ziele hat und auch auf die Ziele zustrebt. Es ist die Energie, die ins Umsetzen kommt, die ins Handeln kommt, die etwas tut für sich und seine Ziele. Und dadurch, dass du diese Situation mit deinem Vater eben erlebt hast, kann es gut sein, dass du genau diese Energie in dir unterbewusst zurückhältst. Weil dein Vater einen Menschen für dich symbolisiert, wie du selber nicht sein magst. Und dies kann eben dazu führen, dass du das, was dir dein Vater vielleicht auch vorgelebt hat, vielleicht war dein Vater ein sehr dynamischer Mensch, ein Mensch, der sich zwar nicht um seine Familie gekümmert hat, aber auf einem anderen Gebiet erfolgreich war. Vielleicht war dein Vater ein sehr durchsetzungsstarker Mensch, ein disziplinierter Mensch, ein aktiver Mensch, was auch immer. Also, zum einen kann es dich eben aufhalten, in die Umsetzung zu kommen, weil du da einen Widerstand in dir hast, gegenüber der männlichen Energie. Und zum anderen kann dich auch aufhalten, diese Loyalität gegenüber zu deiner Mutter. Denn deine Mutter symbolisiert ja die weibliche Energie in dir. Und die weibliche Energie ist passiv, ist abwartend, ist empfangend, ist genau das Gegenteil von Umsetzung. Und dadurch, dass du deiner Mutter gegenüber so loyal bist, kann es eben sein, dass du dieser Energie treu bist und die männliche Energie gar nicht zulässt an deinem Leben. Weil es da vielleicht auch einen Teil in dir gibt, der unterbewusst denkt, wenn ich jetzt plötzlich meine männliche Energie leben würde, dann würde ich meine Mutter damit verraten. Dann würde ich all das, was meine Mutter für mich getan hat, mit Füßen treten, so im übertragenen Sinne. Also, dieser unterbewusste Mechanismus kann da in dir ablaufen. Und meine Empfehlung ist hier, auf jeden Fall in die Vergebungsarbeit zu gehen, was deinen Vater betrifft und dass du dich von deinem Vater und von deiner Mutter energetisch löst. Auch wenn du mit deiner Mutter ein gutes Verhältnis hast. Wichtig ist diese energetische Lösung, damit du frei und eigenmächtig beide Energien in deinem Leben leben kannst. Vor allem eben jetzt mehr die männliche Energie. In einem 1 zu 1 Coaching würde ich das jetzt mit dir machen, in einer Session. Das ist ein bisschen vergleichbar mit einer Meditation, aber dient eben nicht der Entspannung, sondern das ist eine sehr aktive und bewegende Meditation, die auch dafür da ist, Emotionen in dir auszulösen. Weil, wenn wir tiefere Schichten an uns erreichen, möchten die emotionale Ebene natürlich auch dazu gehört. Und eine energetische Arbeit ist es, wenn wir die Heilenergie aus dem Universum für uns nutzen und an unserem Energiefeld arbeiten. Das geht eben auch über bestimmte Techniken, über Atmung und Visualisierung. Und es ist eben deshalb so interessant, an der energetischen Ebene zu arbeiten, weil diese Ebene hinter allen anderen Ebenen steht. Oder man könnte auch sagen, über allen anderen Ebenen steht. Also, wenn wir auf energetischer Ebene an uns arbeiten, dann hat das immer eine Auswirkung auf unseren Körper, auf unsere Seele, auf unseren Geist. Und zwar eine viel schnellere Auswirkung, als wenn wir uns zum Beispiel gedanklich um ein Thema kümmern. Oder wie wenn wir zum Beispiel irgendwas an unserem Körper verändern möchten. Das braucht ja alles immer sehr, sehr lange. Die energetische Ebene ist die Ebene, die auf alles eine Wirkung hat und vor allem viel schneller diese Wirkung hat. Es kann gut sein, dass du, wenn du einmal diese Session machst, dir anschließend viel leichter tust, in die Umsetzung zu kommen. Es kann auch sein, dass du öfter an einem Thema arbeiten darfst, aber das muss eben dann nicht in einer langwierigen Therapie sein, sondern du beschäftigst dich heute mit diesem Thema, du beschäftigst dich vielleicht nochmal in einem halben Jahr mit diesem Thema und den Rest der Zeit kümmerst du dich um die Umstellung deiner Lebensweise und arbeitest an deinen Wünschen und Träumen, an deinen Zielen, also an dem, wo du hinkommen möchtest. Denn dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit richten, fließt auch unsere Energie hin. Und dahin, wo unsere Energie fließt, ist das, was wir sozusagen nähren, was wir lebendig machen. Und mit dieser Arbeit an deiner Lebensweise, an dir selbst, stärkst du dein eigenes Energiefeld. Und genau das solltest du eben tun. Denn wenn du ein starkes Energiefeld hast, dann kann dich in deinem Leben nichts mehr aufhalten. Vor allem nicht dein Ego. Denn die Energie steht eben über allem, auch über dem Ego. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass du direkt nach so einer energetischen Arbeit, also so einer Session, wo du direkt mit den Energien arbeitest, anfängst, in die Umsetzung zu kommen, was auch immer du umsetzen möchtest. Weil es dir da am leichtesten fällt. Und weil wir, wie gesagt, nur durch unsere Handlungen tiefer gehend, dann auch unser ganzes System verändern können. Und da dieses Thema, männliche und weibliche Energie wieder in den Fluss zu bringen und uns von unseren Eltern energetisch zu lösen, für unglaublich viele Menschen ein Thema ist, habe ich dir genau zu diesem Thema eine Session aufgenommen. Also, wenn du gerne energetisch an dir arbeiten möchtest, dann hol dir die Session über den Link in den Shownotes. Und ansonsten lasse ich es jetzt heute gut sein mit diesem Thema. Die Podcast-Folge ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber mir war es halt ganz wichtig, dich so gut es über eine Podcast-Folge eben möglich ist, zu unterstützen. Wenn du magst, dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass du aus dieser Folge viel für dich mitnehmen konntest, dass du weitergekommen bist, was dieses Thema betrifft. Ich würde mich riesig freuen, ein Feedback von dir zu bekommen. Und wenn du ein paar Aha-Momente in dieser Podcast-Folge erleben durftest, dann teile sie doch unbedingt mit deinen Freunden, mit deiner Familie, denn gerade dieses Thema ist, glaube ich, ein Thema, das uns alle interessiert. Und wenn du Lust auf eine Seelenanalyse zu deinem Thema hast, dann kann ich dir mein Seelencoaching empfehlen, denn da bekommst du genau das mit einem persönlichen Gespräch mit mir. Und wenn du dein Thema gerne so wie heute in einer Podcast-Folge analysiert haben möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail und ich gucke, was ich für dich tun kann. Vielen herzlichen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea Deine Andrea